herzlich willkommen zum mega opening wir haben blister hier mit einem 10 zu 0 in der quali und wir dürfen auf Twitch live die Packs öffnen wollt ihr nächstes mal auch live dabei seid einfach auf Twitch nur folgen und zu gucken jetzt viel spaß beim video denkt ans däumchen schreibt gerne in die kommentare was bei eurem quali Rewards raus gehüpft ist und jetzt gehen wir in die Packs wir haben am anfang noch ein seltenes spieler pack 82 plus und Daumen sind natürlich gedrückt und da haben wir keine Lämpchen Matsuawi von Bayern der bringt noch einen schlappen Düsi glaube ich haben wir vorhin extra geguckt 1 3 oder so und nicht mehr doppelt guck mal aber ist ja untrade dann ist natürlich schlecht so 83 plus seltener gold spieler pack enthält 1 83 plus Lämpchen kommen Argentinien gut untrade doppelt oder nicht auch nicht doppelt vereins leer oder so jetzt sind wir in den eigentlichen Rewards da haben wir ein mega pack ein jumbo seltenes spieler und das seltene spieler also ich gehe erstmal mit dem mega pack die reinen spieler packs danach spieler und items alle gold 18 davon selten let's go lämpchen sind da habe ich auch erwartet nee kalasco naja gut 85 gold spieler mega pack muss man wohl zufrieden sein dahinter haben war Paulista Trossard Sisoko Sisoko ist nur noch abstoß ganz komisch packt ihr das alles in vereinen ne denke ich mal oder soll ich hier die liegen weghauen und so den kram oder willst du das selber raussuchen die doppelten kommen erstmal hoch hier weg den kram oder nicht nee verein ok na gut dass ich gefragt habe so ja dann gehen wir ins 50k seltenes spieler pack glück gewünscht daumen gedrückt scheinwerfer sind da oh no schmeichel im 50k jigsaw schlaf gut hmmm 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 rest in verein zack jo trommelwirbel 100k pack 10 zu 0 Quali unglaublich. Ich schütze mir einen ab mit 4-5. Ich bin heilfroh, dass ich sie schafft habe, aber Glückwunsch nochmal. 10-0 ist schon wirklich heftig. Also ich fand die Gegner alle sehr, sehr schwer. Daumen drückt. 100k-Pack. Es ruckelt, aber England, ZDM, ne. 100k-Pack wieder schlechter als 50k-Pack. Da hat sich nichts verändert, oder? War das letztes Jahr bei dir auch immer so? Aber wer weiß, was da noch fettes hinter ist. Na guck mal, ein Inform. Jawohl. Wer sagt es denn? Einen Abstoß in Form. Und Micky und Bailey und so. Viele, viele Spielerchen. 83, 82. Ja. Und Herthaner-Kämpf. Noch ein Dortmunder. Ja. Also 100k-Pack. Lass ich mal unkommentiert. Ist schon, ja. Aber viel Erfolg in der Weekend League. Danke fürs Öffnen dürfen. Und wie gesagt, ihr alle linkt ans Däumchen und schreibt in die Kommentare. Dankeschön. Ja. Ja.